Die Gesellschaft, die uns wesentlich prägt, die bringt Gewalt und Unterdrückung hervor. Nicht nur als besonderer Bestandteil, sondern die Gesellschaft weist an sich eine Tendenz auf, buchstäblich alles Lebendige in der Vernichtung als extremsten Ausdruck sich anzugleichen. Das ist eine Tendenz, die zurückzuführen ist auf die wahnförmige, auf die industrialisierte Form der Massenproduktion. Zurückzuführen auf einen Verwertungsprozess, der sich global durchgesetzt hat. Und das hat Folgen für jeden Einzelnen. Verdrängung, Vermeidung, Panik, Erschöpfung, Rücksichtslosigkeit und Trankühen. Es herrscht Chaos und blindwütig fortschreitende Arbeitsteilung. Eine Arbeitsteilung, die im Besonderen oft nicht einmal Sinn ergibt. Hin und wieder gerät tatsächlich der Betrieb auch an vielen Stellen ins Stocken. Etwa in einer beliebigen S-Bahn oder bei der Deutschen Bahn, die ja den öffentlichen Nah- und Fernverkehr gewährleisten soll und die mit regelmäßigen Pannen und Verspätungen von sich reden macht. Verspätungen, mit denen man sich ohnmächtig abfinden muss. Das ist noch ein recht harmloser Indikator eines Zerfalls, um den es hier gehen soll. Im medizinischen und pflegerischen Bereich wird weitaus schmerzlicher spürbar, was Verwertung tatsächlich bedeutet. Die dort systematisch verursachten Qualen, sogar der überflüssige Tod Einzelner, werden hingenommen ohne ernsthaften allgemeinen Widerstand. Je schrecklicher die Bedingungen werden, desto penetranter werden die Parolen von individueller Selbstbestimmung ausgestreut. Bedingungen, unter denen der Einzelne sein Dasein zu fristen hat. Und desto mehr werden vermutlich auch die Parolen geglaubt. Die Lüge aber erweist sich immer im Betrieb selbst, in dem, was wirklich dort geschieht. Wir leben in Zeiten, in denen es immer unmöglicher wird, sich noch zu berühren oder berühren zu lassen. Doch die Ignoranz gegenüber dem Leiden scheint weniger bestürzend als das Lachen darüber. Denn im Nicht-Wahrhaben-Wollen liegt wenigstens noch ein Unbehagen verborgen, wenn es auch sofort verdrängt wird. Dem Elenden steckt in der Gesellschaft häufig offene Verachtung entgegen. Nicht selten wird er der Lächerlichkeit preisgegeben, wird verhöhnt oder verspottet. Aus dem sogenannten Alltag ergeben sich unzählige Beispiele für eine solche Haltung gegenüber menschlichem Leiden. Nehmen wir zum Beispiel die Berliner S-Bahn. Dort kann man auf einer der unzähligen Werbetafeln Folgendes lesen. Sie sind erschöpft, niedergeschlagen, motivationslos, traurig? Dann leiden sie womöglich an einer Depression. Die Gestalten aber, die die öffentlichen Verkehrsmittel bevölkern, sehen genauso aus. Sie strahlen zur Haufgleichgültigkeit und Apathie aus, gerade morgens auf dem Weg zur Arbeit, was auch daran liegt, dass sie sich regelmäßig aus dem Schlaf reisen müssen, um ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Anstatt zu einer menschlichen Zeit, wie es umgangssprachlich heißt, aufzuwachen, um erstmal zur Besinnung zu kommen, wenn davon überhaupt die Rede sein kann. Gerade wenn man sich unter vielen Menschen bewegt, herrscht deutliche Abstattung. Es sei denn in Räumen, die explizit geschaffen wurden, um sich näher zu kommen, was von vornherein auf ihren nützlichen Charakter verweist. Hinzu kommt im Allgemeinen eine an den Tag gelegte Härte im Verhalten, die bei manchen sehr offensichtlich ein unerwünschtes Zunahekommen verhindern soll, bzw. deutlich macht, wie sehr im Grunde der allgemeine menschliche Umgang von Angst, von Unbehagen und von Zurückweisung geprägt ist. Noch unverschleierter als bei Erwachsenen ist die Härte bei Nachwachsenden zu beobachten. Bei Jugendlichen zum Beispiel. Bei Jugendlichen, die im Umsetzen des Erlernten wenig Scheu an den Tag legen. Gerade in ihrem Umgang miteinander spielen sich Rücksichtslosigkeit, Berechnung und eine grobe Gemeinheit wieder, die ihnen in einem System, in dem sie lernen, dass sie bereits ums bloße Dasein schon kämpfen müssen, vermittelt wird. In diesem Alter haben viele noch nicht gelernt, dass nicht der unmittelbarste Ausdruck zum Erfolg führt, sondern dass es gewisse Regeln gibt, nach denen man zu spielen hat. Wer beides zusammen aber verinnerlicht hat, den wird auf seinem Weg kein Zweifel und keine zarte Regung mehr aufhalten. Eine Gesellschaft, wo jede Offenheit misstrauisch beäugt wird, also eine Offenheit, der die eigenen Schwächen nicht verhehlt werden, das vor Schwächen mit Schrecken geflohen wird, all das führt dazu, dass es nicht verwundert, dass die Traurigkeit keinen Platz hat in dieser Gesellschaft. Dem Immanenten lässt sich nur allzu deutlich die Beherrschung durch die Form anmerken. Es trägt zwangsläufig die Züge des Furchtbaren, das die buchstäbliche Unterwerfung und Angleichung alles Lebendigen an das Abstrakte bedeutet. In äußerster Konsequenz den Tod. Allerdings heißt es bei Theodor Adorno, Aber nur eine Menschheit, der der Tod so gleichgültig geworden ist wie ihre Mitglieder, eine, die sich selber starb, kann ihn administrativ über Ungezählte verhängen. Mit der Errichtung von Auschwitz verwirklichten die Deutschen auf eine Weise die im Bestehenden bereits angelegte Vernichtung, für die es nach menschlichen Maßstäben keinen angemessenen Ausdruck mehr geben kann. Nicht identisch zu sein, die reine Identität der Deutschen zu verhindern, wurde als Todesurteil über Millionen von Menschen verhängt, die als Juden und damit als Gegenprinzip identifiziert wurden. Diese Menschen wurden als entmenschter, als personifizierter Widerspruch, den die Deutschen und ihre Helfer aus sich selbst tilgen wollten, mit den modernsten, zur Verfügung stehenden Mitteln möglichst effizient und mit sorgfältiger Gewissenhaftigkeit getötet. Dabei wurden sie nicht als Menschen getötet, sondern als Material gemacht. Der Bericht eines Überlebenden bringt das zum Ausdruck. Ein Überlebender, der in einem Vernichtungslager in Litauen gefangen gehalten wurde, der mit Mithäftlingen damit beauftragt wurde, die vorhandenen Massengräber, die die Deutschen gefüllt hatten, wieder zu öffnen, die verwesenden Leichen herauszuholen und sie zu verbrennen, um die Spuren der Massentötung zu verwirklichen. Er schreibt, Zwei Zieher, es waren gewöhnlich die stärksten Männer des Arbeitskommandos, warfen Haken in die Grube und zogen die Leiche heraus. Dabei zerfiel der Körper meistens in einzelne Teile. Für den dritten Arbeitsgang waren die Träger zuständig. Die Leiche musste auf eine Trage gelegt werden. Dabei achteten die Deutschen darauf, dass sich auch tatsächlich eine vollständige Figur, das heißt zwei Beine, zwei Arme, ein Kopf und ein Rumpf, auf der Trage befand. Die Deutschen führten Buch darüber, wie viele Körper geborgen worden waren. Wir waren verpflichtet, 800 Leichen pro Tag zu verbrennen. Noch die leiblichen Überreste der Gemordeten wurden verwendet. Die Asche zum Straßenbau, die Knochen für die Herstellung von Seife und ihre Haut für Lampenschirme. Oswald Pohl leitete die Schutzstaffel Wirtschaftsverwaltung. Ihm oblag die Rationalisierung der Leichenverwertung auf Massengrundlage. Akribisch listete er 1942 auf, woraus sich der Gewinnwert eines Konzentrationslagerhäftlings bei durchschnittlich dreivierteljähriger Lebensdauer zusammensetzte. Der Gewinn von 1431 Reichsmark aus dem Verleih eines lebenden Konzentrationslagersklaven erhöhte sich durch rationelle Verwertung der Häftlingsleiche nach neun Monaten um den Erlös aus erstens dem Zahngold, zweitens den Privatkleidern, drittens den hinterlassenen Wertsachen, viertens dem hinterlassenen Geld, sodass sich ein unmittelbarer und mittelbarer Nettogewinn je Leiche von mindestens 200 Reichsmark ergab, der aber in vielen Fällen in die Tausende von Reichsmark ging. Der Gesamtgewinn des Häftlingsumsatzes betrug daher in durchschnittlich neun Monaten je Kopf wenigstens 1630 Reichsmark. Durch Knochen- und Aschenverwertung gab es noch Sondereinnahmen. Es ist eine Paradoxie sonnesgleichen, dass die gleiche SS im Wettbewerb mit der gesamten nationalsozialistischen Führerschaft ursprünglich ausgezogen war, um die Zinsknechtschaft zu brechen und die Menschheit vom Fluch des Goldes zu befreien. Das verweist auf einen Gedanken Gerhard Scheitz, der den Nationalsozialismus als einen Versuch bezeichnet hat, einen Versuch der negativen Aufhebung des Kapitals auf seiner eigenen Grundlage. Dass eine industrielle Massenproduktion des Todes in Wirklichkeit geschehen konnte, dass sie geschah und dass dies nicht zu einer reflektierten, vernünftigen Aufhebung der Bedingungen führte, die sie möglich gemacht haben. Damit, wie es bei Adorno heißt, auschwitzig nicht wiederhole, dass nichts ähnliches geschehe, all das wirft nicht nur einen Schatten auf die heutige Gesellschaft, sondern ist wesentlicher Teil ihrer Substanz. Genau darauf hat kritisches Denken sich zu besitzen. Der Erfahrung jedoch werden ungeheure Anstrengungen unternommen, die Bedingungen des Zerfalls nicht zur Kenntnis zu nehmen und das Scheitern der Einzelnen ihrer angeblichen Unfähigkeit anzulasten. Die verhindere, dass sie in einem System mithalten können, dem sie sich mit Haut und Haaren zu unterwerfen haben, während sie sich gleichzeitig mit Penetranz einhämmern und einhämmern lassen müssen, alles geschehe zu ihren eigenen besonderen Besten. Man kann das nachlesen. Immer wieder in Zeitungen. Zum Beispiel in einem Bericht der Süddeutschen Zeitung. Da ging es um einige Aufforderungen an Berufstätige. Resignation, Unlust und die lebende Furcht, beim nächsten Mal dran zu sein, sowie Passivität und Unmut zu überwinden. Denn Passivität zermürbt, Ohnmacht macht krank. Nicht von ungefähr sind 27 Prozent aller Erwachsenen in der Europäischen Union von Depressionen und Angststörungen gebeutet. Das dürfe nicht zum Dauerzustand werden. Leider garantieren diese Rettungsmaßnahmen nicht, dass man im Fall einer Kündigung einen neuen Job findet. Aber sie helfen dabei, die Opferrolle abzulegen. Auch wenn sich das große Ganze nicht ändern lässt, wie es am Ende pathetisch in diesem Artikel der Süddeutschen Zeitung heißt. Alain Ehrenberg hat eine Studie vor einigen Jahren veröffentlicht und im Titel Das Erschöpfte Selbst. Da beschreibt er die Menschen als gehetzt, als leer, als unruhig, als traumatisiert. Das seien in industrialisierten Gesellschaften keine Randerscheinungen, das seien ein Massenphänomen. Der Einzelne kann die an ihn gestellten Anforderungen nicht deshalb nicht erfüllen, weil er von sich aus unzulänglich ist, sondern weil die Gesellschaft ihm etwas abverlangt, was er unmöglich erfüllen kann. Wie soll jemand ganzer Selbst sein und gleichzeitig ganz in der Gesellschaft aufgehen? Wie soll eine Angst abgelegt werden, die nicht unbegründet ist? Ehrenberg selbst kommt zu diesen Schlussfolgerungen. Während die gesellschaftlichen Zwänge zurückgegangen sind, haben die psychischen Zwänge den gesellschaftlichen Schauplatz erobert. Emanzipation und Aktion weiten die individuelle Verantwortung übermäßig aus. Sie schärfen das Bewusstsein dafür, nur man selbst zu sein. Das Innere ist in die Geschichte eingetreten, deren Wirrungen es nun kennt. Da gehen wir kurz dazwischen. Ein kleiner Einspruch aus der Minimamoralia von Theodor Adorno. Wer die Wahrheit übers unmittelbare Leben erfahren will, muss dessen entfremdeter Gestalt nachforschen, den objektiven Mächten, die die individuelle Existenz bis ins Verborgenste bestimmen. Redet man unmittelbar vom Unmittelbaren, so verhält man kaum sich anders als jene Romanschreiber, die ihre Marionetten wie mit billigem Schmuck mit den Leidenschaften von Ehedem behängen und Personen, die nichts mehr sind als Bestandstücke der Maschinerie, handeln lassen, als ob sie überhaupt noch als Objekte handeln könnten, und als ob von ihrem Handeln etwas abhänge. Und tatsächlich, Verschiebungen und Grenzverwischungen haben stattgefunden, aber wesentlich anders, als Ehrenberg sie darstellt. In der Aufhebung der Grenze zwischen Individuum und Staat, Besonderem und Allgemein, sind die gesellschaftlichen Zwänge nicht zurückgegangen. Sie sind ins Individuum eingegangen. Der Einzelne in der fortschreitenden kapitalistischen Vergesellschaftung ist er selbst weiterhin nur als kapitalistisch bedingtes Subjekt. Mit dem Unterschied allerdings, dass das Prinzip der Identifikation nun bereits zweifach gesellschaftlich vermittelt ist, an eine innere Identität gebunden, die wiederum nur die verinnerlichte Äußerlichkeit ist. Die vormals äußerlichen Objekte der Identifikation haben sich ins Subjekt hineinverlagert. Die Individuation ist folglich nur eine scheinbare, obwohl sie mehr persönliche Freiheit verheißt, weil die konkrete äußere Herrschaft spürbar nachlässt. Und diese Verheißung ist eine Illusion, da die abstrakte Herrschaft sich keineswegs abgeschwächt hat, sondern sich nur verwandelt und durch ihre fortschreitende Unkenntlichmachung ihre eigenen Bedingungen an beherrschender Kraft noch zunimmt. Die Subjekte sind ruhelos, weil sie auf ihrer unentwegten Suche nach sich selbst immer nur auf gesellschaftliche Introjektion stoßen. Ehrenberg jedoch behauptet, Depression ist die Pathologie eines Bewusstseins, dass nur es selbst ist und nie genügend mit Identität angefüllt ist, nie genug in Aktion ist. Wer sich als im Moment seiend erfährt, wenn also sein Dasein ausreichend vermittelt, dass er ist, der benötigt weder Identität noch permanente Bewegung, die ihn darüber hinwegtäuscht, im Grunde nie da zu sein. Gerade der Zwang einer Identität als zwangsläufig unbefriedigenden Ich-Ersatz zu besitzen, treibt die Subjekte zur ständigen Aktion, die sie jedoch nicht beruhigen, sondern nur ermüden kann. Denn der Antrieb dieser Bewegung beruht auf einem Fluchtverhalten, nicht auf einem Bedürfnis, das Befriedigung und Erfüllung finden könnte. Sehr treffend daher die Aussagen von Alice Miller. Was als Depression bezeichnet und als Leere, Sinnlosigkeit des Daseins, Verarmungsangst und Einsamkeit empfunden wird, erweist sich mir immer wieder als die Tragik des Selbstverlustes beziehungsweise der Selbstentfremdung, wie sie in unserer Generation und unserer Gesellschaft fast regelmäßig anzutreffen ist. Gehen wir auf den Begriff der Selbstentfremdung noch ein bisschen näher ein. Der Mensch scheitert an einem Widerspruch, an dem Widerspruch aus der Natur und von ihr geformt zu sein und gleichzeitig über sie hinausgehen und sie als von ihr bewusst getrenntes formen zu können. Anstatt seine Eigenschaften und Fähigkeiten zu seinem individuellen und gesellschaftlichen Wohle zu entfalten und sie durch vernünftige Reflexionen an den Gegebenheiten entsprechend vernünftiges Gleichgewicht zu bringen, hat er eine behauptete Synthese zum Preis der Selbstaufgabe erschaffen. Eine Synthese, die dem Sein, wie es jeweils ist, alle Bestimmungen überlässt. Eine künstliche Natur, in der er selbst die Fäden zieht, an denen er hängt. Er versucht verzweifelt, die Widersprüche miteinander zu versöhnen und statt in erster Linie sich selbst mit seiner besonderen widersprüchlichen Natur. Er reflektiert nicht über das Dasein, er spiegelt es ganz unmittelbar wieder und schon seine Reflexion darüber entspringt dem Dasein selbst. Er ist Gefangener der Ideen, nach denen er die Welt formt und die nicht mehr seine Ideen sind. Sie stehen ihm naturwüchsig und fremd entgegen. Vordergründig hält er sich die Konflikte vom Leibe. Er hält sie sich vom Leibe, indem er sie von sich abspaltet. Da die Konflikte aber nicht wirklich veräußert werden können, reiben sie sich im Verborgenen aneinander und brechen sich auf eine andere Weise Bahn. Diese Bahn wird erkennbar als eine schneisete Vernichtung, die die Menschheit mit ihrer Geschichte schlägt. Vater Benjamin hat das in seinen Worten zu einem Bild von Paul Klee geschrieben. Angelus Novus Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Die einzige Katastrophe setzt sich zusammen aus unermesslichem menschlichen Leiden. Die Erfahrung von Veränderungen verweist darauf, dass historisch nichts in besonderer Weise hätte geschehen müssen, jedenfalls nicht in der Weise, in der es geschehen ist. Veränderung ist damit nicht nur notwendig, sondern möglich. Die Menschen aber, die rühren nicht an ihrer Versteinerung. Dort, wo sie unmittelbar ausbrechen wollen, triumphiert vollends die herrschende Ideologie. Es gibt keine bessere Vorstellung oder überhaupt noch eine Vorstellung davon, dass die Welt in ihren Grundzügen anders gestaltet sein könnte, als sie nun einmal ist. Praktische Eingriffe wiederum berühren die Abstraktion nicht, auf denen sie beruhen. Die Menschen entziehen sich der Verantwortung für die Folgen ihrer unerträglichen Gleichmütigkeit oder ihrer folgenlosen Empörung der Einrichtung der Welt gegenüber. Jede marktaugliche Analyse, ob sie privat oder geschichtliche Katastrophen erhellen will, läuft letzten Endes auf deren Rechtfertigung hinaus. Alles geschehe, weil der Mensch so sei. Darauf basiere die unmenschliche Einrichtung der Welt wie auch die unmenschliche Zurichtung der Menschen selbst. Jeder Teilbereich, seines Geisteswissenschaften oder Naturwissenschaften, spielt diese angeblichen Erkenntnis letzten Endes in die Hände. Dem So-Sein ergibt man sich. Es prägt das Bild unserer Wirklichkeit. In einer Radiosendung zum Beispiel wird im August 2012 über Libyen berichtet. Der Beobachter spricht sehr ernst von dort stattfindenden Massakern und schließt mit den Worten Sie haben 6000 Gefangene völlig willkürlich, die werden gefoltert. Und daran schließt die Moderatorin den fast schon fröhlichen Tonfall an. Ja, da sag ich mal guten Morgen. Und hier sind Muse mit Time is running out. Es gibt unzählige weitere Beispiele für diese Beobachtung. In der von Menschen gestalteten Welt leiden unzählige Menschen aufgrund verschiedenster gesellschaftlich produzierter widriger Lebensumstände. Und wir alle wissen davon. Millionen von Menschen verhungern jährlich, während in den sogenannten Industrienationen täglich tonnenweise Lebensmittel vernichtet werden. Die unterschiedlich elenden und demütigen Arbeitsbedingungen von Arbeiterinnen und Arbeitern in prosperierenden wie in verarmenden Staaten sind uns bekannt. Ebenso die Lebensumstände von denen, die ihre Arbeitskraft nicht oder nicht mehr verkaufen können. Von Kinderarbeitsklaverei und Menschenhandel wissen wir. Von Kindersoldarten von Drogenschmuggel und Waffenhandel, von Strömen, von Geflüchteten, wie sie bis hin zu ihrer Internierung und Tötung abgewehrt werden. In den Medien wird darüber berichtet, der unerschöpflichen Fälle des Materials entsprechend. Massaker und Kriegshandlungen können wir manchmal live im Internet mitverfolgen. Als die irakische Armee im Frühjahr 2011 begann, iranische Oppositionelle zu massakrieren, konnte diese auf YouTube von völlig Außenstehenden mitverfolgt werden. Von den Vorbereitungen des Massakers, über die verzweifelten Appelle der Bewohner von Camp Ashraf, dem drohenden Massaker Einhalt zu gebieten, bis hin zu der Verwirklichung des Angekündigten. Eine Meldung dazu lautete, Am 8. April 2011 wurde auf Anweisung von Regierungschef Nuri Al-Maliki und auf Geheiß des iranischen Regimes Ashraf durch 2500 bewaffnete irakische Einheiten und 140 bewaffnete Fahrzeuge angegriffen und mindestens 34 unbewaffnete und schutzlose Dissidenten in Camp Ashraf getötet. Darunter waren acht Frauen. 300 weitere Personen wurden verletzt. Irakische Einheiten schossen auf die Bewohner und bewaffnete Fahrzeuge überfuhren sie. Ebenso wurden Wohnbereiche unter Granatbeschuss genommen. Im Folgenden wurde den Einwohnern vom Camp Ashraf medizinische Hilfe verweigert, sodass noch mehrere Menschen nach dem direkten Angriff an den Verletzungen starben. Theodor Adorno führt in seinem Buch Minima Moralia aus. Das Leben hat sich in eine zeitlose Folge von Schocks verwandelt, zwischen denen Löcher paralysierte Zwischenräume klaffen. Nichts aber ist vielleicht verhängnisvoller für die Zukunft, als dass im wörtlichen Sinne bald keiner mehr wird daran denken können. Denn jedes Trauma, jeder unbewältigte Schock der zurückkehrenden ist ein Ferment kommender Destruktion. Eine trauernde Haltung überhaupt einnehmen zu können, setzt psychisches Verarbeiten von Erlebten voraus. Dazu bedarf es der Fähigkeit, angelernte Vermeidungsstrategien zu erkennen und diese auch zu überwinden. Vermeidungsstrategien, die zwangsläufig jeder sich aneignet, der in dieser Gesellschaft aufwächst. Dabei kann die Vermeidung des Erlebens sehr sublim ausfallen, sie äußert sich beileibe nicht immer in roher Gewalt. Das kann man zum Beispiel bei Sigmund Freud nachlesen, der fast die Intellektualisierung als sublimierteste Form gängiger Verdrängungs- und Vermeidungsstrategien auf. Formen, die bestehen aus Autoaggression, Regression, Verleugnung, Verdrängung, Projektion. Im Wörterbuch der Psychotherapie wird die Intellektualisierung folgendermaßen beschrieben. Sie sei der rational gefasste Umgang eines Subjektes mit seinen Affekten und Konflikten zu deren besserer Bewältigung. Anna Freud sieht in der Intellektualisierung der Triebvorgänge eine frühe menschliche Erwerbung zur Verhütung innerer Gefahr, vergleichbar der ständigen Aufmerksamkeit des Ich gegenüber äußeren Gefahren. Jedem bleibt im Grunde nur die ihm gemäse Art von Vermeidung zu entwickeln. Eine Vermeidung, die notwendig ist, um überleben zu können, sie sich bewusst zu machen und sich in der prozesshaften Aufhebung der Vermeidungsstrategien, die er doch immer wieder wird anwenden müssen, ihm im erträglichen Maß der Welt zu stellen und diese sich so zu erschließen, so sehr er vermag. In der herrschenden Totalität ist auch der kritische Gedanke nicht gefeit gegen seine Degradierung zum Mittel für einen ihm an sich fremden Zweck. Vermeidung bedeutet, nicht nur als schmerzhaft erlebten Empfindungen zu entgehen, sondern auch Konsequenzen aus dem Erkannten nicht in angemessener Weise ziehen zu können, die Erkenntnisse nicht verwirklichen zu können. Diese Aussage zieht keineswegs darauf, eine Handlungsfähigkeit zu behaupten, wo völlige Ohnmacht herrscht. Aber auch hier gilt es, dialektisch und undialektisch zugleich zu denken. Und wenn auch denen, die behaupten, man könne nur im eigenen Umfeld etwas verändern, weil es zugeschrieben werden muss, dass sie sich bequem machen, ist es doch ein zentrales Motiv kritischen Denkens, die gewonnenen Erkenntnisse mit dem eigenen Handeln zu vermitteln. Dass die Bedingungen des Elends nicht von Einzelnen abgeschafft werden können, bedeutet nicht, dass den Elenden keine menschliche Solidarität entgegengebracht werden kann. Nicht nur, das verhärtet, wer wiederum die objektive Ohnmacht, selbst die eigene Erschütterung dazu verwendet, intellektualisierend mit der Wirklichkeit umzuspringen, er versagt sich auch, dass Glück, das im Festhalten an der Unmöglichkeit von Glück im falschen Ganzen diesem abgetrotzt werden kann. Das Nicht-Identische ist im Allgemeinen Unglück allein vermittelt, denkbar und erfahrbar. Das wesentliche Element menschlicher Erfahrung ist die Empfindung. Ohne Empfindung gibt es kein zu sich kommen, kein Widerspruch und damit auch nichts, was über das Sein an sich, wie wir es kennen, hinausweist. Ohne eine Entfaltung der eigenen Empfindungsfähigkeit haftet noch dem treffendsten geistigen Eingriff der kalte Hauch des Maschinellen an, eines Denkens um seiner Selbstwillen. Eines Denkens, das noch wo es das Wesentlichste ausdrückt, dieses zugleich verfehlt, weil es die menschlichen Bedeutungen der Erkenntnis nicht einer Gesellschaft die Versöhnung als durch und durch gewaltförmigen Prozess betreibt, die das voneinander Grundverschiedene durch Zwang angleicht. Auf die Subjekte bezogen, dringt ein solcher Prozess unmittelbar zur Selbstaufhebung. In unserer Entwicklung wird von allen Seiten mehr oder weniger brutal auf uns eingeschlagen und der Erd stumpf gehauen, werden wir aus der Obhut derer entlassen, die uns zuzurichten haben, wenn sie wollen, dass es uns Erziehung fördert nicht Regungen, die nach außen drängen, sondern sorgt dafür, dass von außen aufgedrängte Regungen integriert und abgerufen werden können. Das ist die Form, in der wir lernen zu empfinden. Dennoch herrscht allgemein die Überzeugung, von sich aus zu sein und denken zu können. Die Bedingtheit der eigenen Befindlichkeiten und Ansichten anzuerkennen, wird dementsprechend als überaus kränkend und verletzend empfunden. Wer die Kritik am Bestehenden ernst nimmt, wird die Erfahrung machen, wie das, was er als selbst versteht, sich vor ihm auflöst, denn das unmittelbar vorliegende Selbst hat bei genauerer Betrachtung keinen Bestand. Oder in den Worten Manfred Dahlmanns Was passiert in ihm, wenn diesen menschlichen Wesen schlagartig ins Bewusstsein schießt, dass es vollkommen auf sich allein gestellt ist? Das Wort, das diesen Zustand korrekt beschreibt, liegt, glaube ich, auf der Zunge. Das Wort heißt Panik. Aus den Resten des Selbst erst, die bewahrt werden wollen, um dem zusammenzufügen dessen, was in der kritischen Auseinandersetzung entsteht, kann Subjektivität entfaltet werden. In der heutigen Gesellschaft kann diese nur zutiefst in sich gebrochen sein, eben weil die Rede von Verwertung tatsächlich die totale Erfassung des Subjekts meint. Eine Erfassung, die sich durch alle vorstellbaren Ebenen, Begriffe und Emotionen vollzieht. Der Körper wird via Arbeitskraft in die Gesellschaft eingebaut. Die Gesellschaft dagegen wird via Geist in den Körper eingebaut. Das schreibt Ilse Bintseiler konisch. Das verweist auf eine weitere wesentliche Grundkonstitution der Einzelnen, die der völligen Entfremdung. Je weniger sich der Einzelne der Erfahrung verschließt, desto ambivalenter muss sein Verhältnis zur Welt werden. Gefühlen von tief empfundener Abwehr, von Abscheu, von Wut und Ohnmacht wird er sich kaum erwehren können. Wer sich der Welt wie sie ist öffnet, den quillt sie leibhaftig, denn sie ist es leibhaftiger. Wer sich aber angesichts dessen verschließt und das Leiden verdrängt, der verkümmert in der unmittelbaren Anpassung an die herrschenden Feindseligkeiten an die Feindseligkeiten jeder individuellen Regung gegenüber. Er wird überhaupt nichts mehr empfinden, von nichts mehr leidenschaftlich berührt werden. Angesichts dieses Konflikts wird allgemein vorgezogen, sich anzupassen. Der tatsächliche Verlust und der Mangel an Wärme, an Zuneigung, an Achtsamkeit, an Leidenschaft und Empfindsamkeit im Allgemeinen, der so tief in das Besondere einschlägt, in dem es eine Gestalt gibt, bildet die Grundlage für eine Trauer, die im wahrsten Sinne das Herz zerreißt. In den Menschen herrscht nur Lehre, wenn sie ihren gesellschaftlichen Funktionen enthoben sind. Der Reichtum, den sie in der Spiegelung des Äußeren als solchen Empfinden, solange sie im gesellschaftlichen und im privaten Prozess verwertet werden, sich in Beziehungen setzen können und ihren Lohn dafür erhalten und verteilen, entpuppt sich als imaginär, wenn der Nutzen des Einzelnen für das Ganze und die Teile des Ganzen sich verflüchtigt, sei es durch Überflüssigkeit, Unfähigkeit, Verweigerung, Krankheit oder Alter. Sobald die Menschen allein und auch sich selbst zurückgeworfen sind, verliert der falsche Schein seinen Glanz und in aller Deutlichkeit wird ihnen gezeigt, welche Bedeutung sie als besonderer, fühlender Wesen für eine Gesellschaft haben, die sie streng genommen um nichts dreht. Keiner. Je ausgeprägter die Identifikation mit dem Ganzen ist, desto stärker empfindet der einzelne Mensch selbst sein eigenes Nichtsein, wenn er jeden Einfluss von außen beraubt ist. Es gab im Jahr 2011 einen Werbeslogan, der die ein oder anderen Plakat vendezierte. Nichts erfüllt mehr als gebraucht zu werden. Und dieser Werbeslogan trifft eine wesentliche Aussage über das Innenleben des modernen Menschen. Es ist eine Notwendigkeit für ihn gebraucht zu werden. Um zu spüren, dass er jemand ist, benötigt er ständig Bestätigung und Anerkennung von außen. Die Kindheitsforscherin Alice Miller zieht folgende Schlüsse aus ihrer Arbeit und ihrer Erfahrung mit Patienten. Eine schwerwiegende Folge der frühkindlichen Anpassung ist die Unmöglichkeit, bestimmte eigene Gefühle, wie zum Beispiel Eifersucht, Neid, Zorn, Verlassenheit, Ohnmacht, Angst, in der Kindheit und dann im Erwachsenen Alter bewusst zu erleben. Der Mensch entwickelt eine Haltung, in der er nicht nur das zeigt, was von ihm gewünscht wird, sondern mit dem Gezeigten verschmilzt. Das wahre Selbst kann sich nicht entwickeln und differenzieren, weil es nicht gelebt werden kann. Begreiflicherweise klagen diese Patienten über Gefühle der Leere, Sinnlosigkeit, Heimatlosigkeit, Denn diese Lehre ist real. Die kindliche Anpassung erfolgt notgetrungen, da die Eltern aufgrund ihrer eigenen Bedürftigkeit, der eigenen unbewältigten Vergangenheit, den Kindern keinen Raum geben für eine freie Entfaltung. Die Eltern brauchen die Kinder und benutzen sie. Dazu bedarf es keiner böswilligen Absicht, denn jeder Mensch trägt unbewältigte und unbewusste Anteile in sich. Für die Entwicklung entscheidend ist nur das Ausmaß. Denn ein Mensch, der als Kind nicht als Zentrum der eigenen Aktivität gesehen, beachtet und ernst genommen wurde, der hat laut Alice Miller keine Voraussetzung für die spätere Arbeit an Triebkonflikten. Diese Voraussetzung scheint ihr so auffallend allgemein zu fehlen, dass sie hier keine vorsichtige Einschränkung vornimmt, so dass Alice Miller formuliert, Das Erleben Erleben der eigenen Wahrheit und das postambivalente Wissen um sie ermöglicht auf einer Erwachsenenstufe die Rückkehr zur eigenen Gefühlswelt, ohne Paradies, aber mit der Fähigkeit zu trauern. Dies kann für den Einzelnen eine erschütternde Befreiung und Bereicherung bedeuten. Dies als schmerzhaften Prozess zu verstehen ist notwendig, denn nur so kann die Integration der abgespaltenen Teile ermöglicht werden und nur so kann sich nach Alice Miller ein unerwarteter Reichtum an Lebendigen auftun. Wo aber kommt der gereifte Mensch zu sich, der sich durch seine persönliche Leidensgeschichte hindurchgearbeitet und die Fähigkeit sich lebendig zu fühlen wiedererlangt hat? In einer Gesellschaft, in der Menschen effizient und kostengünstig verbraucht werden und Motivation und Arbeitszufriedenheit der einzelnen Faktoren sind, deren Erhalt für die Produktionsleistung und den ökonomischen Wettbewerb vonnöten sind, in der er sich unter Konkurrenz verkaufen muss und in der es einen massiven Überschuss an der Ware gibt, die er üblicherweise anzubieten hat, nämlich der seiner Arbeitskraft. Kurzum, er kommt in einer Gesellschaft zu sich, in der die Verwalter des Betriebs nicht die Sorge um den Einzelnen sein Leiden und dass er noch Kraft zum Leben hat, umtreibt, sondern, dass der Betrieb nicht leide und ins Stocken gerät. Aus seinem inneren Gefängnis hat sich der Mensch befreit, um sich nun im Äußeren die ihn als Kind zerstört und die er durchschaut hat, zwingt ihn die Gesellschaft, deren Regeln er verinnerlicht hat, nochmals. Anpassung ans konkrete Objektive und Anpassung ans abstrakte Objektive überlagern sich dabei, ohne identisch zu sein. Die Mechanismen gleichen sich, denn die Grundlage der Anpassung ist in beiden Fällen die menschliche Psyche. Grundverschieden allerdings ist die Substanz dessen, was die Gefangenschaft bewirkt. Die allgemeine Unterwerfung unter das Gesetz der Verwertung kann nicht mittherapiert werden. Der Umgang mit Gefängniswärtern begünstigt keine lebendige Entwicklung. Das schreibt Alice Miller. Die Therapeuten können aber nur die konkreten Gefängniswärter entlarven. Mit der subjektiven Befreiung in der Therapie hat der Patient nur eine Schicht seiner doppelten Gefangenschaft abgetragen. Die andere, die ihm nicht weniger tiefgreifend kein wahres Selbst erlaubt, um hier mal Millers Ausdruck zu verwenden, die andere hält ihn genauso gefangen wie zuvor. Diese Gefangenschaft beschränkt sich auch nicht auf Menschen, die psychisch erschüttert und instabil sind. Sie erfasst alle Menschen, die in der verwalteten Welt sich befinden. Unsere Vorstellung jedoch scheitert daran. 1999 erschien der Science Fiction Film Matrix, der verdeutlicht das Scheitern der Vorstellung. Der Protagonist Neo hat das Gefühl mit der Weltstimme etwas nicht und ist auf der Suche nach der Wahrheit. Welche Wahrheit? Dass du ein Sklave bist. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Darin liegt zumindest die halbe Wahrheit über die herrschende Gesellschaftsordnung. Aber auch diesem Film gelingt es, die halbe Wahrheit zur ganzen Lüge zu verkehren. Denn die Matrix, ein wirklichkeitssimulierendes Computerprogramm, stellt sich als Erfindung intelligenter Maschinen heraus, erfunden, um die Menschheit zu beherrschen. Die Ursache für die Sklaverei, die sich durch den Verstand vollzieht, ist also doch wieder außerhalb des Verstandes außerhalb befreit, und zwar in ihre vorher schon bestehende unangetast bleibende Gefangenschaft. Das abstrakte Gefängnis und seine Mechanismen vermitteln sich in einem dynamischen Prozess durch immer mehr Instanzen hindurch, und zwar in uns hinein, und diese sind dadurch immer schwerer fassbarer und sichtbarer zu machen. Menschliche Tyrannen können getötet werden, die dem Einzelnen innewohnen der Tyrannei aber ist mit solchen Mitteln nicht zu beenden. Das Tier entwindet dem Herrn die Peitsche und peitscht sich selbst, um Herr zu werden. diese Umstände bedingen ganz wesentlich unser Empfinden und sie bestimmen die Qualität unserer Erfahrungen. Einer möglichst bewussten differenzierten Auseinandersetzung mit den Bedingungen des Daseins und dem Dasein selbst verweigern sich die meisten üblicherweise. Das ist nachvollziehbar, jedenfalls wenn man bedenkt, dass sich angesichts der Realität kein ausgeprägtes Bedürfnis entwickeln kann, sich dem Horror selbstbewusst gegenüberzustellen. Das Gegenteil ist der Fall, die noch mögliche individuelle Erfahrung bedeutet im gegebenen zwangsläufig, sich Auge in Auge mit unfassbaren Schrecken wiederzufinden. Dass allerdings, um dem zu entgehen, vorgezogen wird, sich den Gewaltverhältnissen sozusagen entgegenzuwerfen und blind in ihnen aufzugehen, kann nicht das geringste Verständnis finden. Denn genau damit einer abstrakten Herrschaft, die nicht nur jedem individuellen Glück entgegensteht, sondern dem Dasein überhaupt.